Also, wenn ihr los sagt, geht's los! Und los! Wie ließt euch? Hier ist der Kasperl aus der Augsburgl-Puppenkiste. Ja, und ich wollt euch mal was sagen. Ja, weil wir müssen jetzt alle was tun gegen die Erderwärmung. Ja, zum Beispiel könnt ihr ja alle mal nachts euren Kühlschranktür offen lassen. Aber jetzt mal ernst, ganz im Ernst. Die Klimakatastrophe, die lässt sich nicht einfach weglachen. Da müssen wir schon was dagegen tun. Und jeder, jeder Einzelne kann mitmachen. Also, ich fang schon mal an und jetzt mach ich das Licht aus. Einzelne kann mitmachen. Die Klimakatastrophe, die es mitmachen kann. Die Klimakatastrophe gibt es nicht einfach zu schließen.